Mein Name ist Marvin. Ich bin Projektleiter im Automobilumschlag Wolfsburg bei der Volkswahlgruppe Service GmbH. Wir sind am Standort Wolfsburg verantwortlich für die Übernahme aller produzierten Neufahrzeuge, für die spätere Bahnverladung und den Lkw-Transport. Ich habe eine große Verantwortung, betreue 300 Kollegen und Kolleginnen, die alle individuell sind auf ihre Art und Weise. Für mich ist es wichtig, gemeinsam als Team hier das Projekt erfolgreich zu gestalten. Ich bin seit 2009 im Unternehmen, habe 2012 meine Ausbildung im Bereich Logistik zur Fachkraftverlagerlogistik erfolgreich abgeschlossen, wurde dann im Anschluss als erster Auszubildender auch in den Bereich der Fahrzeuglogistik übernommen, habe im Anschluss den Bereich der technischen Entwicklung für zwei Jahre kennengelernt und habe im Jahr 2020 das Angebot zur Übernahme einer Führungsposition erhalten und bin seit Juni 2021 als kommissarischer Projektleiter tätig. Aus meiner Sicht sind Weitsicht, Ruhe, aber auch strategisches Denkvermögen ganz wichtig. Auch die Kommunikationsfähigkeit ist ein wichtiges Skill und Potenzial, was man mitbringen muss, um eben auch Kunden zu überzeugen und eben auch am Standort das Projekt etablieren zu können. Ich für meine Person kann nur sagen, dass ich davon profitiert habe, dass ich Führungskräfte an meiner Seite wusste, die mich gefordert haben, aber auf der anderen Seite auch gefördert haben, meine Potenziale frühzeitig erkannt haben, aber auch erkannt haben, an welchen Stellen ich Entwicklungsbedarf habe, mir ein offenes und ehrliches Feedback gegeben haben und mich auf meinem gesamten Entwicklungsweg so betreut haben, dass ich mich gut aufgehoben gefühlt habe. Aber auch wichtig, dass man eine eigene Initiative mitbringt, dass man sich interessiert, auch über den Tellerrand hinausschaut, mutig ist, eigene Ideen einbringt und auch bereit ist, Zeit zu investieren, um sich Unternehmen entwickeln zu können. Ich nehme mir das Unternehmensumfeld in der Volks- und Group Service GmbH als sehr offen, sehr familiär und als ein großes Miteinander war. In meiner bisherigen Laufbahn habe ich stets viele Unterstützer an meiner Seite gehabt, bin gemeinsam gewachsen mit Kollegen und Kolleginnen und freue mich auch gemeinsam die anstehenden Herausforderungen zu meistern. Terminalon du mich bis zum Montag dasseller anst burning, heute. -